Hallo, ich wollte euch zeigen, wie ich am besten meine Vokabeln lernen kann. Das Programm heißt Phase 6 und man kann entweder die Vokabeln von den einzelnen Büchern kaufen oder selber eingeben. Ich gehe jetzt mal in meine Bibliothek, da habe ich mir für mein Französischbuch die Vokabeln gekauft. Wenn man jetzt auf Abfrage geht, dann steht hier eine Vokabel, wenn man die jetzt eingibt. So, und wenn die dann wie hier falsch ist, dann wird sie hier hinten nochmal richtig angezeigt und ein Satz dazu, damit man sich das besser merken kann. So, jetzt kann man entscheiden, ob ich das richtig eingegeben habe oder nicht, in dem Fall ist es nicht so. Und jetzt hat man nochmal die Möglichkeit, das nochmal richtig einzugeben. Und jetzt ist es korrekt. Dann wird es diese gleiche Vokabel, hier sieht man, dass es immer noch 80, wird dann nochmal abgefragt. Und so lange, bis man die aus dem Kopf weiß. Und hier sieht man nochmal, es gibt 6 Lernphasen. In der Phase 6 ist es dann im Langzeitgedächtnis. Von der Phase 1 bis zur Phase 2 sind es 0 Tage. Dann sind es 3, 10, 30, 90. Also nach 90 Tagen wird man dann nochmal abgefragt und es wird geguckt, ob man die Vokabel noch kann. Und wenn man eine falsche eingibt, dann wird die zurückgestuft, die Vokabel. Ja, das war es eigentlich. Das Programm kostet 20 Euro. Gut, bis zum nächsten Mal.